das spiel wird im aufschleim modus fortgesetzt im aufschleim modus so hauen wir uns nur zeichen raus abgefeuert ja jetzt muss ich noch mal hier muss noch beitritt feste wg nervig schnell hier kurz beitreten notzeichen buchen optionale quest auf eine weidkönigin nein ich finde ich expedition nicht ich kenne nicht beitreten hier warte da jetzt habe ich abgebrochen die wäre nicht gegangen also bei mir wäre sie nicht als fertig gewesen können wir machen die nobody sorry der helfen brauchst du nicht also soll ich jetzt noch zurückkommen machen wir das ist genau also essen brauchen wir da auch nicht wie nervig jetzt adi ok ich muss mal kurz um schnur trupp kümmern ja so und kärten ist wieder da läuft ja bei dir wird abgeschlossen ja nämlich abgeschlossen ich habe die hälfte ich muss mal machen aber wo ist es wie das nie voraus ich bin ich bin davon getriggert nein nicht nicht hingehen hat wird sie abbrechen ich bin dazu gehalt getriggert da vorne schnur truppgutschein insto es tut nice jetzt haben wir was anderes was nicht so nervig ist jetzt hat man eigentlich mal rauskommt wie es gehen sollen dann sowas so neue quest optional blitzartig davon hey komm wir töten den kirin yes sir ich gehe zu 1 ich vertraue uns jetzt hier meinen letzten gutschein an und dann dass er das ist ja ich Das geht nicht. Ich muss essen. Oh, kann doch nicht essen. Nee. Das geht nicht. 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 Der ist richtig böse, vor allem der Random-AOE. Böse. 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 Da hab ich mal endlich aufgeladen und Angriff bekommen. Ah, scheiße. Böse. Das ist das böse. Ja. Au. Jawoll. Jetzt. Gut Damage gemacht. Ja. Das hat ihm weh. Das wird ihm auch noch wehtun. Ja, ne Schatz mach ich dich. Sorry. Nicht du. Jetzt ne Spur am Ding. Ein alzelektrisiertes Fell. Aua. Du kannst ja auch mal rumspringen, ne? Ja. Ja, ist Drachen ältest, da sind blaue Spuren. Oh, läuft. Der ist hoch, ne? Ja. Ja. Da beginnt er in der Richtige Kampf. Ja, super. Was gibt's Schöneres? Ah ja, genau. Schurki. Richtig. Wir gehen da ganz oben. Warte, nicht im Raternest oder so? Hier war, glaub ich, kein Raternest. So, da sind kleine Kätzchen wieder. Ich mag Toast, Hallöchen. Danke für den Follow. Ich mag auch Toast. Echt nicht ganz oben, die Sauna. Ich hab meinen Gleitermantel nicht mit. Ja gut, der hat auch schon gut auf die Nase bekommen, ne? Aber richtig gut. Der kommt im Nest des Kerin. Noch nicht. Nein. Passt. Ich brauch's noch n bisschen, ich warte hier. Mach ruhig weiter. Okay. Äh. Du, Kalle, ist pent. Warte mal, ich versuch mal eben was. Ähm, gute Idee. Hab alles mit? Ich hab, ich hätte uns auch noch was dabei. Nimm mal die Falle. Du darfst? Ich hab keine Falle mit, scheiße. Ich hab Falle. Soll ich? Ja. Ähm. die Falle mit dem mit dem und dann Das kann, achso, das ist ein Drachen, das ist halt. Kann man nicht fangen. Anscheinend. Super. Na gut. Wust. Ich hab's vergessen. wovon. Weil die Fassbomben nehmen müssen. Oh, ich bin für eine Fertigstelle. Oh, 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 oh. Au! Das ist böse! Oh Gott, okay, ist wirklich böse! Ja! Alter! Ich bin paralysiert! Yo! Ich bin ja nicht! Der sieht sehr cool aus! Das Zaun ist ab! Und ist es down! Da habe ich viel Leben, ne? Tja! Oha! Oh! Gerade noch so, Alter! Uff! Ja, ähm... Was verbraucht ist da? Irinschwanz! Irin Mähne! Irinschwanz! Irin Mähne! Irinschwanz! Irinschwanz! Irin Donnerhorn! Irinschwanz! Lederhaut! Donderhorn! Nice!! was er kein erz ist hohen was trocken wie man ist ja man hier in jeder haut kirin mene lederhaut schwanz mene schwanz jeder haut schwanz wasserkehren erz habe ich einiges bekommen und dann auch noch ein tausend als ich nun krieg neuer rekord größtes gibt nur größere super kluger kämpfer aber gut gemacht würde ich sagen auf jeden fall und nicht gestorben das neue zeichen wegen schutzmantel haben wir jetzt bekommen noch als spezialwerkzeug so schön viele wie die viele wertobjekte ja ja ich habe dann drehen nach dreck jetzt geht er wieder weg und da kommt danach das quest wieder glaube ich muss ja nicht so schicken dass man damit aber kann es halt muss immer wieder glaube ich stellen die lese im chat die lese die lese ja und heute auch von der tange füllen dann haben wir stehen also los schicken noch mal neu ich würde sagen wenn du ich meinst muss noch mal einstellen wegen was da suchen soll mir hat er 15.400 gebracht im material wert und wert als richtig ja mal die kirin wirst du nicht mal können wir uns mal angucken ja ja cool das war eine zweite drachen hätte hochrangig tierin hier aber cool aus was nicht so stark die mühse gefangen ich nicht ja nice trotzdem also ich sag mal das hat sich halt trotzdem gelohnt ne oh lol ologaron set in der beta version in der beta das waren alle von bitter ja early access ja so ungefähr das sieht mega nice aus na ja wobei sieht er aus als würdest du gegen so ein fetisch club gehen kennt dich aus also wir wollten mir eh was gucken hey kraftwerde eh noch ja 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 ne und 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 ja und 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 Aber da fehlt mir ein Edelstein für. Komm, Sora. Ja, super. Was hast du jetzt gemacht hier? Neue Quests, ich muss noch ein kleiner Essen gehen. Ah, läuft. Lager im Urhalten Wald, ne? Das ist das oberste, ne? Also 17. 17, ja. Habe ich auch genommen, ja. Da muss ich auch eben kurz meine Kiste aufbillen. Mach du mal, ich bin sofort wieder da. Ich bleib mal ganz kurz, ja? Ein Zeichen, ein Zeichen. Ja, gut. Lass ich so stehen. So, töten wir zwei Viecher. Nein, ich habe schon wieder oben genommen. Nimm ich unten. So, wem müssen wir hier legen? Den und den. Ratter das und Ratter hier an. Ja, dann geht es direkt mal nach oben, ne? Würde ich sagen. Wo geht's da oben? Das fuhre ich auch immer. Hier, 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 hier. Ich gucke jedes Mal. Ich auch. Darauf war auch noch nicht so ganz klar. Hier müsste zum Beispiel mal die Rattian sein. Das Wetter sieht so geil aus, ne? Ja. Nee, Ratter läuft direkt. Oh. Na, Kleiner. Hallo. Auch hier? Der war laut. Der war laut. Nee. Ach, die Frau. Die Jo. Wegspülen lassen. Nicht wegspülen lassen. Nein, nein, nein. Ah, geschafft. Das ist weg. Oha. Das ist trocken. Aber hier ist eine gute Area. Lass uns mal hier reinlocken. Ich fick gerne. Er kommt zu dir. Er kommt. Nice. Weißt du, warum? Nee. Jetzt bin ich ein Winner hier. Hm. Das ist so richtig schön Hammer-Time. Auf den aber die ganze Zeit. Hm. Okay, kommen wir jetzt hier mehr tun. Auf den Schwanz. Schwanz ist geschwächt. Tüffel wird. Ne, paralysiert. Weil ich die Verwärung selbstverletzt ist alles okay. Ja, bumms. Was sagst du jetzt, hm? Ratterlos. Schmatterlos. Er ist auer. Okay. Auer. Hab nichts gesagt. Volls nicht. Er ist dir geärgert. Auf. Okay, der Schwanz muss ganz dringend ab. Ja. Ich muss das? Ja. Er hat mich gerade über getroffen. Auf. Ich komme nur hier nicht von dran. Er lässt mich in Iran. Oh, ähm. Radiander? Ja. Sind wir uns probiert? Vielleicht war ich ein Sprecher. Auch Revierkampf. Ähm, machen wir es. Sind wir nicht Freunde? Ich bin gleich dauernd. Ich bin gleich dauernd. Ohohohoh! Ich scheiß auf deine Tunkkapsel, Snake. Ich habe mir gerade andere Sorgen als Tunkkapseln. Die ist weg. Hat funktioniert. Sehr gut, das ist nicht, das ist nur noch halb so laut. Ja, das ist wieder. Ähm, tschüss. Das ist mal weg. Toll. Ich bin ja beiler. Ich weiß, wo sie sind. Oben oder unten? Unten. Kannst du hier runter springen? Ich bin direkt über ihn gleich. Nee, ne bin ich nicht. Ach, hier sind sie. Ich habe sie. Auch gleich da. Das ist Rathalos. Sind beide hier. Äh. Ich bin nicht mehr. Warte, was liegt. Ich bin auch Rathian. Und ich habe keine doofe Idee. Aten ist down Wenn er einen Schlaf verpasst. Wo sind die jetzt hin? Sind die da oben? Also Rattan ist das Dings hier, ne? Fangbereit. Ja, dann fangen wir den doch mal. Ja. Du hast auch dein Fangzeug mit, ne? Immer. Nice. Ich hab die Falle. Das klingt böse. Was war das denn? Das frage ich mich auch gerade. Das klingt nicht nach Rattan oder Rattan. Das weiß sogar ich mittlerweile. Hast du Falle bereit? Ja. Ich bin am Beruhigen jetzt. Ja. Den haben wir. Nice. Kann der nächste. Aua. Die ist nicht gerade happy darüber, dass wir gerade ihren Mann gefangen haben. Ich glaube auch nicht. Hast du das hier? Bist der Schwarze verletzt? Ich auch. Aua. Aua. Er kämpft mich ja doch auf der Weg. Hallo. Au. Au. Ja. Wenn diese Paralyse nicht ständig wäre, ne? Ich hab Elementalwiderstand. Guerilla. Schade. Wir haben leider gerade andere Sorgen. Danke, Kätzchen. Au. Ja, schön. Wir kommen in der Arena des Todes für dich. Frohlein. 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 Ich muss mir aber sagen, wenn Rathian fangbereit ist. Au. Ja. Mach ich gleich. Ah. Hier liegt ein Teil vom Rathian. Äh. Ja. Rathian. Mal was gebrochen. Wir fangen bereit. Aber ich glaube, so sollte man nicht gegen das Ding fangen versuchen. weiter Material. Schruppe. Wo sind meine Bomben? Ah. Hast du gehabt? Nice. Ja, cool. Doch, grad. War ihn gefangen. Jetzt können wir endlich Baby züchten. Ha, 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 ha. Ach, was? 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 Beide sogar. Ey, 10 Minuten. Beide. Krasse. Ja, wir sind. Rathian Platte. Ja, ich habe Rathalos Platte. Eine Belobigung. Rathalos Platte habe ich auch noch bekommen. Nice. Läuft. Kleines ist Rathalos. Rathalos, ja. Gadget. Hat er no mention worth. Errungenschaft, Werttagmeister. Weil mein Pallico Gadget auf Schufe 10 ist. Nice. Mein Pallico ist auch Schufe 17 schon. Ey, das sind voll die Fortschritte. Krass. Ja. Motivierend. Jees ist Jared. Wie ist das? Geiger mit Herrn Technik. bei geltend auf Sägen Hund